Ja, hallo ihr Lieben und einen entspannten Start in die neue Woche. Die Sorgenfalten häufen sich so langsam auch auf meiner Stirn. Sorgenfalten darüber, wie es wohl weitergehen mag in diesem Land in Bezug auch auf die Politik. Nachdem Herr Schallenberg in Österreich die Impfpflicht für die Allgemeinheit ab Februar 2022 angekündigt hat, um diese fulminante, jetzt gerade auftretende Welle brechen zu wollen. Und Herr Wieler in Deutschland bereits vor der fünften Welle gewarnt hat, häufen sich nun auch die Stimmen in Deutschland nach so einer Impfpflicht für die Allgemeinheit. Allen voran ist es Herr Lauterbach, der sich für mein persönliches Empfinden langsam die Frage stellen sollte, ob er nicht gerade zu viele TV-Auftritte an einem Tag absolviert. In einem Interview hat er sich zu dieser Allgemeinimpfpflicht auch für Deutschland geäußert. Er sieht diese als letzte wirksame Möglichkeit, aber auch als einzige zu dem jetzigen Zeitpunkt, um diese vierte Welle zu brechen. Einen Satz später hat der lieber Herr Lauterbach allerdings auch gesagt, die Vergangenheit hätte gezeigt, dass die Impfstoffe, die momentan zur Verfügung stehen, das scheinbar nicht leisten können. Allerdings auch 2G oder 2G Plus nicht in der Lage sein werden, seiner Aussage nach diese Welle aufzuhalten. Herr Lauterbach fordert eine Impfpflicht in diesem Interview, um in seinem gleichen Statement auszusagen, so eine Impfpflicht wäre doch eher etwas für die lange Sicht und würde uns aktuell nicht helfen. Na, was denn nun? Irgendwie klingt das doch sehr verwirrend, lieber Herr Lauterbach. Auch Frau Merkel hat sich heute geäußert und hat den Finger gehoben und zu Bedenken gegeben, 2G und 2G Plus werden nicht ausreichend in Kürze, um diese fulminante Welle zu unterbrechen. Man müsse andere Möglichkeiten finden. Ihrer Aussage nach, auch das Impfen aktuell nicht das erste Mittel der Wahl. Auch sie ist zu dem Schluss gekommen, dass dieses, wenn überhaupt, eine langfristige Variante sei. Na nun, haben wir dort etwa kein Gespräch mit Herrn Spahn geführt, der gerade alles daran setzt, die Booster-Impfung voranzutreiben. Und zwar nicht mit dem vertrauensseligen Wirkstoff von Biontech, sondern von Moderna. Sicherlich nicht, weil dieser in Kürze großflächig in diesem Land sein Ablaufdatum erreicht. Nein, der Aussage von Herrn Spahn nach, weil bei Biontech der Mercedes unter den Impfstoffen ist, Moderna allerdings, seiner Aussage nach, der Rolls-Royce. Na, das sollte doch Vertrauen schaffen in der Bevölkerung.